Das hier sieht aus wie ein Roboterbauteil, ist es aber nicht. Hierbei handelt es sich um ein Gelenk für ein Mountainbike. Und was macht man mit so einem Gelenk? Ganz einfach, man montiert es vorne an der Lenkergabel und schon kann man seinen Lenker verstellen, und zwar in der Höhe. Das ist mit dem Originalgelenk, was an meinem Mountainbike befestigt ist, leider nicht möglich, da dieses starr ist. Und warum möchte ich meinen Lenker vorne erhöhen? Ganz einfach, bei langen Ausfahrten habe ich ständig das Problem, dass meine Finger sowohl als auch meine Hände anfangen einzuschlafen. Es kribbelt ganz furchtbar in den Fingern und das ist nicht wirklich lustig. Deswegen tausche ich das Originalteil gegen dieses Gelenkteil aus. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Zuerst müssen die beiden Originalimbusschrauben gelöst werden. Das habe ich hier in einem Schnellvorlauf gezeigt, damit ihr euch nicht langweilt. Dann entferne ich die Schutzkappe, die sich in der Mitte befindet, und löse auch diese Imbusschraube. Und wozu ist diese Schraube in der Mitte? Ganz einfach, damit stellt man das Gabelspiel ein. Da sitzen also zwei Kugellager, eins ist unten und eins ist oben. Und mit dieser Schraube und der Platte oben wird das Ganze eingestellt. Das heißt, ich schraube die Schraube rein und die Lager ziehen sich immer fester. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man das nicht zu fest zieht, sonst sind die Lager bald kaputt. Hier bedarf es dann etwas Feingefühl beim Zusammenbau später. Danach müssen wir das Lenkrad von der Halterung befreien. Dazu schrauben wir alle vier Imbusschrauben vorne raus, damit wir die Platte vorne entfernen können. Danach ist das Lenkrad frei. Das können wir dann einfach etwas nach unten legen und dort vielleicht auch mit einem Klettband oder mit einem Kabelbinder befestigen, dass da nichts kaputt gehen kann. Und damit es euch nicht langweilig wird, machen wir auch hier mal wieder einen Schnelldurchlauf. Die letzte Schraube ist nun auch gelöst und die Platte kann vorne entfernt werden. Lenker ist frei. Ich lasse es einfach hier unten hängen. Aber achtet bitte darauf, dass ihr da nichts kaputt macht. Jetzt kann die alte Halterung komplett entnommen werden. Somit können wir gleich das neue Gelenk einbauen. Das alte Teil eben weggelegt. Vielleicht brauchen wir das mal irgendwann. Und hier haben wir auch schon das neue Gelenk. Die Montage ist eigentlich ähnlich, nur genau in umgekehrter Reihenfolge. Und hier bitte aufpassen. Das Lenkerrohr darf jetzt hier nicht überstehen. Das heißt, es darf nicht nach oben hinausragen über unser Gelenk. Es muss etwas tiefer liegen. Dafür werden vom Hersteller auch zwei Spacer mitgeliefert. Die legen wir unter der Haltung drunter, also stecken diese auf das Rohr und ziehen das dann mit dieser mittleren Schraube leicht an. Mit leicht an meine ich wirklich handfest anziehen. Das Vorderrad muss sich immer noch bewegen lassen. Gleichzeitig darf aber kein Spiel vorhanden sein. Danach werden die beiden Imbusschrauben am Gelenk festgezogen. Der Hersteller schreibt meist auf dem Gelenk drauf, mit wieviel Newtonmeter das Ganze angezogen wird. Dazu nimmt man dann einen Drehmomentschlüssel. Ich mache das hier jetzt mal frei Hand. Aber ihr benutzt bitte dann einen Drehmomentschlüssel. Bei diesem Gelenk sind zum Beispiel 5 bis 6 Newtonmeter vorgesehen, welche wir auch mit unserem Drehmomentschlüssel einstellen sollten. Sollten wir jetzt feststellen, dass wir das Ganze schief ausgerichtet haben, lösen wir einfach nochmal die zwei Imbusschrauben und richten das Ganze neu aus. Ihr braucht euch nicht um die mittlere Schraube kümmern. Wenn diese einmal richtig eingestellt ist, ist alles okay. Also richten wir jetzt das Gelenk nochmal neu aus, dass dieses wirklich parallel mit unserem Vorderrad verläuft. Sonst haben wir nachher ein schiefes Lenkrad. Jetzt ist es an der Zeit, die vordere Halteplatte zu entfernen. Ist eigentlich das gleiche Spiel, was wir vorhin bei unserer alten Haltung gemacht haben. Diese Platte ist ja dazu da, um den Lenker eben genau hier festzuhalten. Nachdem dann die letzte Schraube auch entfernt wurde, können wir die Frontplatte entnehmen, holen uns unseren Lenker wieder nach oben und richten diesen genau aus, stecken die Frontplatte wieder drauf und schrauben alle vier Schrauben wieder hinein. Die vier Schrauben vorne zieht ihr bitte noch nicht fest. Nur so, dass das Lenkrad gehalten wird. Weil wir müssen ja noch erst unseren Winkel einstellen, also die Höhe des Lenkers bestimmen. Und da sich die Bremshebel und die Griffe ja mitdrehen, würden diese nachher oben stehen. Und das ist nicht wirklich der perfekte Fahrkomfort. Jetzt ist es an der Zeit, den Lenker einzustellen. Das bedeutet also, den Winkel zu verstellen. Dazu haben wir seitlich eine Imbusschraube. Die müssen wir ziemlich weit lösen, weil diese klemmt mit einer Verzahnung innen, damit wir nicht bei einer Vollbremsung mit dem ganzen Lenkrad nach unten rauschen. Wir stellen uns jetzt diesen Winkel ein. Je höher wir diesen Winkel wählen, desto höher kommt auch der Lenker. Und wie man sieht, gehen natürlich auch die Griffe mit nach oben, beziehungsweise die Bremshebel mit nach oben. Das ist natürlich der Grund, weswegen wir die vier vorderen Imbusschrauben am Lenker und an der Festhalteplatte noch nicht ganz festgezogen haben. Erst wenn wir die optimale Höhe gefunden haben, können wir unser Lenkrad wieder verstellen. Wir drehen es also wieder leicht nach vorne, sodass unsere ganzen Bedienelemente wieder optimal platziert sind. Dann richten wir es auch nach links und nach rechts wieder perfekt mittig aus. Und erst dann schrauben wir die vier vorderen Imbusschrauben wieder fest. Das geschieht laut Herstellervorgabe mit 5 bis 6 Newtonmeter. Aber schaut dazu bitte in der Anleitung. Das ist nur ein Richtwert. Zur für uns richtigen Positionierung des Lenkers setzen wir uns auf das Fahrrad und verdrehen den Lenker so, wie es uns gefällt, also wie wir uns am wohlsten fühlen. Wir achten darauf, dass der Lenker auch mittig ausgerichtet ist und sich auch in der Horizontalen angenehm anfassen lässt. Dann ist uns der Fahrspaß garantiert. Und wenn jetzt alles für uns passen sollte, können wir endlich die vier vorderen Schrauben an der Halteplatte richtig fest anziehen. Also mit diesen 6 Newtonmeter oder das, was halt in der Anleitung steht. Die Schrauben schraubt ihr bitte Stück für Stück fest. Das heißt nicht eine sofort richtig festknallen und dann die nächste, sondern immer eine Schraube leicht anziehen, die nächste auch, sodass die Platte wirklich gerade nachher drauf sitzt und nicht irgendwo klemmt. Also immer eine Schraube oben, eine Schraube unten, immer ein Stück bis Widerstand kommt und nachher wird das Ganze dann komplett nochmal über Kreuz festgezogen mit diesem besagten 6 Newtonmeter oder eben dem Wert, der in der Anleitung steht. Sollte euch der Lenker-Riser genauso gefallen wie mir und ihr möchtet ihn unbedingt haben, dann schaut doch mal in der Beschreibung unten. Dort habe ich ihn verlinkt. Ich bekomme dafür eine kleine Provision, wenn ihr das Teil bestellt. Aber für euch wird es nicht teurer. Also egal, ob ihr mit oder ohne Link bestellt, der Preis bleibt immer gleich. Jetzt überprüfe ich noch einmal den korrekten Sitz und schalte den Akku ein für die erste Probefahrt. Selbstverständlich passt ihr auf, dass ihr wirklich alle Schrauben festgezogen habt und keine vergessen habt. Das kann echt böse enden, wenn da irgendetwas lose ist. Also achtet bitte drauf, bevor ihr aufs Rad geht und euch auf die Reise macht, seid ihr dafür verantwortlich, dass der Lenker festgezogen ist und ihr nicht nachher kopfüber an der nächsten roten Ampel einen Abflug macht. Ich überprüfe natürlich auch noch mal die Bremsen, ob alles so funktioniert, wie es sollte und dann begebe ich mich auf die Probefahrt. Einmal die Leistung etwas erhöhen und ab geht die Post. Während den ersten Metern werde ich den Lenker mal ein bisschen hochreißen, damit das Vorderrad in die Luft kommt und wieder auf dem Boden aufschlägt. So kann ich dann sehen, ob da später sich noch irgendetwas gesetzt hat und die Schrauben nochmal nachziehen. Ich habe sofort gemerkt, dass ich wesentlich besser drauf sitze. Die Handgelenke werden nicht mehr so belastet wie vorher. Das ist wirklich enorm. Der Lenker ist ja jetzt ungefähr sechs Zentimeter höher gekommen. Das merkt man drastisch. Und es macht wirklich Spaß, jetzt damit zu fahren. Ich kann euch sagen, ich habe jetzt mit diesem Umbau ungefähr 120 Kilometer zurückgelegt, wobei eine Tour 60 Kilometer war. Das ist wirklich genial gewesen. Es hat nichts mehr gekribbelt, es hat nichts mehr gedrückt oder dass alles irgendwo eingeschlafen ist, die Hände. Das war wirklich ein riesen, riesen Unterschied zu vorher. Nach der Probefahrt haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu korrigieren. Wenn wir also merken, da stimmt irgendwas noch nicht so hundertprozentig, so wie hier im Bild, man sieht, der Lenker ist nicht wirklich gerade, dann lösen wir halt diese beiden Schrauben an der Seite nochmal leicht und stellen das Ganze ein. Ich bin da extrem empfindlich. Wenn der Lenker nicht wirklich absolut gerade sitzt, dann werde ich wahnsinnig. Ich kann das nicht haben. Also das muss wirklich perfekt gerade ausgerichtet werden. Ich mache das hier jetzt, wie man hier im Bild sieht, nochmal nach Augenmaß und ziehe dann die beiden Imbusschrauben seitlich wieder fest und mache dann nochmal eine Probefahrt, bis ich irgendwann merke, jetzt ist das Teil wirklich genau, gerade und mittig. Ich mag es gar nicht sagen, aber ich habe das Ganze ungefähr sechsmal gemacht, bis es wirklich gepasst hat. Ist mir echt peinlich, aber wie gesagt, ich bin da extrem empfindlich und fummel da so lange rum, bis es wirklich so ist, wie es sein muss. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Montage. Wir haben ja hier unser fertig eingebauten Riser. Ich erkläre euch nochmal genau, was ich vorhin gemeint habe mit dem Überstehen. Also bei der Montage müsst ihr eben darauf achten, dass das Gelenk selbst, also der Riser, etwas über das Gabelrohr überhin wegsteht. Es muss also etwas höher stehen als das Gabelrohr selbst. Ich zeige das mal hier mit dem Pfeil. Also diese Pfeilspitze sollte ungefähr die Höhe von dem Rohr sein. Wenn wir nun feststellen, dass das Rohr drüber wegsteht, also über unseren Riser hinausragt, dann müssen wir einen Distanzring einsetzen, und zwar dort. Um jetzt zu überprüfen, ob wir das Spiel der Lager korrekt eingestellt haben, können wir mit unseren Daumen und Zeigefinger an dieser Stelle hier einmal anfassen, dann ziehen wir die Vorderradbremse und bewegen das Rad einfach mal vor und zurück. Man sollte dann nicht das Gefühl haben, dass sich da irgendwas bewegt. Und wenn wir das Vorderrad in die Luft heben und nach rechts und links bewegen, sollte es leichtgängig sein. Da darf kein Widerstand zu spüren sein. Dann haben wir auch alles richtig und korrekt eingestellt. Ich hoffe, ich konnte Euch mit meinem Video helfen, wie Ihr kostengünstig und schnell Euer Lenker erhöhen könnt und dabei Kribbeln in den Fingern oder Händen vermeiden könnt. Am Schluss möchte ich mich noch fürs Zuschauen bedanken. Ich würde mich freuen, wenn Ihr meinen Kanal abonniert und auch gleichzeitig die Glocke aktiviert. Das kostet nix und Ihr werdet immer sofort informiert, sobald ein neues Video von mir erscheint. Ich freue mich auf das nächste Video und hoffe, Ihr seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Andy